wieder dabei sei dass du meinen kanal hinein schaust freut mich sehr was habe ich heute für euch und zwar machen wir wetter feste große oder kleine engel sieht er nicht so aus aber das ist die vorbereitung ich zeige jetzt erstmal schritt für schritt damit du das nacharbeiten kannst weil es muss trocknen es dauert seine zeit aber es wird wirklich toll und das sind jetzt erstmal die vorarbeiten das grundgerüst meiner engel für drinnen und draußen ganz einfach gemacht aber wirklich extrem wirkungsvoll du kannst jede größe machen die du möchtest viel natur das sieht man hier mit ästen und wenn du keine äste hast dann hast du vielleicht metallstangen irgendwelche sachen upcycling die können wir auch verwenden ich zeige es mit ästen aber wie gesagt du kannst du anderes material nehmen und wie das jetzt geht das zeige ich dir nun teil für teil und zuerst kommen die grundstruktur dran so was brauchen wir wir brauchen eine grundform irgendwas rundes klein oder groß kommt darauf an wie groß oder klein du es machen möchtest irgendwas festes unten drunter wo die form reinkommt ich habe jetzt ein backflächen altes da bin ich viel mit dann abgeschnitten im eimer und als tipp vorher schon mal die seite aufschneiden und dann mit teser oder panzerband wieder zu kleben weil es gibt eine große also es wird sehr schwer so kriegt man es auf jeden fall auch raus da hinein kommt noch eine tüte du kannst es auch ausölen mit pflanzenölen irgendwann schwämmchen genommen ganz ganz tolle ausgeölt und dann geht es auch ich nehme lieber die tüte schön die meisten falten weg das ist meine grundform auch ganz toll geht wenn du eine springform hast natürlich boden da noch rein eine alte und aber auch auf was drauf stellen eine platte ein tablet weil es wird wirklich schwer du willst es ja mal bewegen und der boden würde auf gar keinen fall halten also dann boden rein und bei metall würde ich auf jeden fall eine tüte rein machen weil das klebt an egal was man macht das ist die grundform dann brauchen wir äste du musst gucken wie viel da haben möchtest als grundform für den körper die müssen alle gleich lang sein und was wichtig ist am ende gerne so eine vergabelung an der ende am ende weil dann hält es noch besser aber weil das holz ist und durch die feuchtigkeit von beton ich will das auf dann zieht sich wieder zusammen wird immer locker und dann wirklich am ende eine schraube reingedreht ich habe hier extra mal ein sammelturium hingelegt egal welche schrauben welche länge welche größe hauptsache wir haben einen widerstand unten rein geboren 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 und so müssen alle äste versehen sein das mache ich dann noch so und noch mal ein tipp so eine astgabel ist ganz ganz toll die gabel kommt nach unten der ast kommt nach oben und dann haben wir schon den körper so als form schon dabei sieht toll aus also auf jeden fall gleiche länge gern mit einer gabel alle äste mit einer schraube versehen die man einbringen möchte dann auch ein wickeldraht wenn es geht noch irgendeine kelle in schüppchen dann wie ein küchenhelfer und jetzt kommt auch gleich das beton rezept und macht so ein bisschen fester wie so ein kneteig und dann passt das am besten und dann legen wir richtig los jetzt kommen wir zur grundmischung von unserem beton ich nehme am liebsten so einen alten eimer da waren schokoküsse drin es gibt es auch mal top kommen und so und dann kann man die immer wieder super verwenden darin sind jetzt zwei becher 500 gramm habe ich jetzt da jeweils ein becher eine dose zwei dosen sand ich nehme am liebsten sandkersten sand den saharas an den feinen erstens macht es günstig er schmiert nicht so er ist nicht rötlich sondern hell ich kann ihn gut transportieren ihr könnt aber auch jeden anderen sand nehmen und dazu auch wieder zwei dosen voll zement handelsüblichen zement ganz egal welche ganz einfachen billigen und dazu mache ich jetzt erst einmal eine halbe dose wasser jeder sand bindet anders ab und mische das durch ich habe jetzt einen alten löffel auch vorher vielleicht nochmal sand und zement miteinander mischen das hatte ich jetzt schon ein bisschen gemacht so jetzt war ich noch eine halbe also hätte ich schon eine ganze aber ich mache das lieber immer nach und nach wie gesagt jeder sand bindet anders ab nimmt mehr wasser an oder auch weniger wir brauchen für unseren gießbeton sagt schon der name einen gießfähigen beton das kommt schon ganz gut hin dann muss man so lange rühren oder kneten auch mit dem handschuh bis kein klüppchen mehr da ist und bis der wirklich richtig schön gießfähig ist wie so ein squid type etwa also muss wirklich gut laufen und jetzt nochmal so eine mischung bei mir sind jetzt da zwei dosen sand zwei dosen zement eine dose wasser da und das sieht wirklich sehr gut aus das muss noch ein bisschen durch gerührt werden ich nehme alten rührlöffel anderen alten löffel den ich immer wieder benutzt und in diesem eimer wenn es dann angerührt ist nehme ich gern einen topf oder einen alten nesbecher mit koffe dann kann ich schön ein gießen stellen wir moment auf die seite aber nicht lang der bindet sehr sehr schnell so den mit betonrezept ist fertig noch mal durchführen bevor man es dann rein macht immer gut bewegen der bindet schnell ab es ist kein knetbeton es ist zwar ein festere aber wenn du länger brauchst und bist dir unsicher macht noch mal ein großes schnapsgläschen spülmittel rein dann bleibt der länger weich und du kannst länger arbeiten mit weil es dauert jetzt schon eine weile bis die erste richtig stehen und wenn du dir ungewiss bist und der bindet zu schnell ab mach ruhig spülmittel rein weil das verzögert so und dann fülle ich die form auf also wir brauchen schon im dicken rand so 7 8 9 oder 10 cm wären prima bei mir hat es ein bisschen abgesetzt ich mache ein bisschen wasser rein und dann geht auf das passiert ob das man da bis unten absetzt einfach noch mal ein bisschen weiter dazu handschuh ist immer gut ich habe ja gesagt ist nicht gut für die haut und beton sowieso nicht ob groß oder klein bleibt gleich bei einem kleinen kann die grundplatte schon kleiner sein aber unter 5 cm auf gar keinen fall okay wir müssen die äste reinbringen die müssen halten und dann muss man das ordentlich machen so die grundform ist ich muss jetzt erstmal die kamera einrichten damit man sieht so ok wir fangen an wie halt bei der uhr wir nehmen unsere äste immer mal so wackeln dass der beton drum rum geht und dann stellen wir sie auf wie ein indianer zelt wirklich am besten wie eine uhr wenn die noch jemand hat der mithalten kann super so ein zwischenraum von der ast gabel ist gut dann kann man nachher die deko besser rein machen kann aber noch klein noch ein ast dazu setzen so wie ein indianer zelt immer mal ein bisschen wackeln dass der beton wieder um die äste läuft das ist meine eigene idee das ist mein entwurf vielleicht hat jemand anderes auch sowas ähnliches schon mal gemacht aber ich habe davon nichts gesehen weil ich grundsätzlich gar nicht gucke was andere machen weil ich so viel mit meinen eigenen ideen zu tun habe und der gefällt mir noch nicht der macht so blöden bogen naja so geht es ganz gut noch mal ein dickeren reinbringen dann muss ich die nummer versetzen das geht auch und wie gesagt hinten ist es halt toll bei der ast gabel dass man im größeren zwischenraum hat der gefällt mir gar nicht aufpassen dass es ziemlich gerade ist den wechsel ich noch mal ich sehe gerade habe ich die schraube vergessen aber da kann ich es jetzt nicht mehr ändern ich denke mit einem geht es dass ich die schraube vergessen habe so ausrichten noch mal dass die zwischenräume ziemlich gleich sind und dann wird oben gewickelt und dann wird oben an der kante hier oben wo ich die hände habe verwickelt mit dem wickeltrad dass das gut hält so ich habe die kameras richtig eingestellt ich habe nämlich jetzt keine hat frei und niemand ist da der mir helfen kann wenn sie schön aufgestellt sind zum indianer zählt dann wird dich dolle verdrehen mit dem draht richtig feste ziehen und wenn es geht wenn du über dem tisch wo du es machst oder draußen irgendwie eine möglichkeit hast den draht nochmal an der decke zu befestigen also ich nehme dann zum beispiel die deckenleuchte wenn es geht hänge ich den kleiderbügel in die deckenleuchte rein und mache an dem kleiderbügel dann den draht fest hier habe ich jetzt eine stange mir über den tisch gehängt weil ich ja das öfters mache und da wickele ich dann den draht ran damit das hält jetzt kann man doch mal ausrichten die stangen zieht sie euch hin schön im kreis rundherum und dass es gerade steht und fixiert euch das wie gesagt jetzt am besten nochmal oberhalb fest getratet ich muss dazu jetzt erstmal auf die leiter steigen ja sieht man und dann muss es trocknen drei tage erstmal bevor wir weiter arbeiten können es bleibt aber auch bis zum schluss in dieser form bis alles dann fertig gearbeitet ist so ich habe jetzt noch mal ein kleines gemacht groß und klein weil ich mir gedacht habe wenn ich dann die tücher drum herum bringen und das und jenes und dieses beim großen sieht man es einfach nicht das kommt nicht richtig in die kamera rein und dann mache ich jetzt lieber gleich noch ein kleines dazu und hier habe ich dann den körperteil oval gemacht in der eisbox ja ja ja